Jetzt haben wir da wieder einen Sniper-Typen. Guck dir an. Er liegt... Ey, du bist doch... Na, komm. Ja? Ich bin ja gecovert von meinem Sniper-Kollegen, der das kann, oder nicht? Ja? Ist da immer noch... Pass auf, er liegt immer auf dem Boden, oder? Er liegt immer noch da. Das ist ne Puppe, du. Das ist nicht, glaube ich. So. Dann muss ich jetzt mal was reißen, weil sie es nicht können. Puppe raus. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Drei. 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 Zwei. 12, 13, 14, 15, 15er Killsneak. So funktioniert das.